Ich habe ein kleines announcement video für euch und zwar werde ich im monat märz an der aktion märz mit herz teilnehmen wir sammeln dann den ganzen monat lang geld für krebskranke kinder diese aktion wurde vor einigen jahren von dem streamer metashi 12 ins leben gerufen für den einen oder anderen den ihn kennen beziehungsweise auch mich kennen die wissen auch gute freunde und habe mich gefragt ob ich bei dieser aktion teilnehmen möchte habe ich natürlich das bejaht und dementsprechend werde ich den kompletten monat märz auf meine donations verzichten und diese dann komplett an die deutsche krebshilfe rübersenden das relativ einfach ich kann euch das einmal ganz kurz erklären wie das funktioniert und zwar wenn wir einmal auf meinen kanal gehen das sieht dann ungefähr so aus das jetzt mein kanal gut ich bin jetzt gerade im guten sascha am raiden scrollt einfach mal runter da werdet ihr dann den spenden link hier einmal sehen da einfach draufklicken und dann kommt ihr auf die seite von betterplace.org und dann könnt ihr hier auf jetzt spenden drücken und dann ja dann ist die spende auch schon getätigt also ist relativ simpel ihr könnt auch noch einen text rein packen nutzernamen könnt ihr da auch rein packen also von wien die spende kommt ich werde oben rechts im bild ich ziehe das mal ganz kurz hier war das werde ich hier meinen den aktuellen spendenstand einblenden damit ihr es halt seht es gibt halt auch jetzt mal ein paar andere leute die das jetzt mal größeren layout machen ich mache das relativ oben rechts dezent damit ihr es auch immer sehen könnt und wie bei jeder spende gibt es natürlich halt auch einen alert also der wird dann auch im stream angezeigt das machen wir den ganzen märz lang und dann gehen wir das alles rüber und werden das halt an dass das geld für krebskranke kinder sammeln so dann ist eigentlich alles gesagt leute ich wäre euch sehr sehr dankbar wenn ihr an dieser aktion teilnehmen würdet ist eine ehre daran teilnehmen zu dürfen und ich zähle auf euch danke euch vielmals für jeden der sich an dieser aktion beteiligt ich wünsche euch was und man sieht sich im stream rein kinders peace